Ein Tier fühlt sich wohl in Panade, in Gulasch oder in Kuttersauce. Bei Sossen vom Wackerl, da bei Tieres Fackerl, es wird seine Kruste nicht groß. Ein Tier ist ein Mensch wie wir alle, es freut sich, wenn man es belohnt. Das Rind ist ja gerade gern in der Roulade, weil Anbindehaltung ist ja gewohnt. Drum sei böser Grüner stets nicht zu den Tieren, beim Kochen, beim Braten und auch beim Panieren. Da schlags und frisst zusammen, aber immer ganz lieb, das bayerische Tierwohlprinzip. Ein Tier fühlt sich wohl in Panade, im Rhein oder einfach am Spieß. Ja, Kochkunst ist hier eine Gnade, im bayerischen Tierparadies. Als Furcht wird das Tier zur Ikone der bayerischen Gastronomie. Es wird ihm schön warm, im eigenen Daheim, so gut geht's ihm sonst ja auch nicht. Ein Tier hat Geschmack und drum liebt es die bayerische Küche schon sehr. Ja, da rupft jedes Schweinderl, gern selber ins Ränderl. Zur Heimat gehört auch der Verzehr. Drum sei böser Grüner stets nett zu den Tieren. Dust Knudeln und Streicheln und dann viele Tieren. Der schlags und frisst zusammen, aber immer ganz lieb, das bayerische Tierwohlprinzip. Und jetzt alle! Ein Tier fühlt sich wohl in Panade, im Rhein oder einfach am Spieß. Ja, Kochkunst ist hier eine Gnade, im bayerischen Tierparadies. Ja, Kochkunst ist hier eine Gnade, im bayerischen Tierparadies.